Musik Habt ihr jemals jemanden gesehen, der zielstrebiger in sein eigenes Verderben läuft? Nein? Dann willkommen zurück zu God of War Ragnarök mit Andreas, der auf die Superidee gekommen ist, nach Asgard zu gehen. Und wir haben ihn nur begleitet und jetzt stehen wir hier vor Auf der Mauer rund um Asgard. Und naja, wir wurden von einem doll begrüßt, der geduldig auf uns wartet. Und ich würde sagen, wir werden mal einen Blick auf die Stadt der Asen. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Ich hab's mir natürlich auch noch nicht angeguckt und ich hab jetzt tatsächlich eine Aufnahmepause machen müssen, weil ich weg musste. Jetzt kannst du dich an der Pracht Asgards erfreuen. Ein seltener Anblick für Fremde. Besonders für Riesen. Klar, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Okay, wir haben sich auf jeden Fall für den, sagen wir mal, den traditionelleren Weg entschieden. Gefällt mir aber, muss ich sagen. Also es wirkt jetzt nicht so bombastisch golden wie in Thor oder generell in den Marvel-Filmen, logischerweise. Oder ganz zettig ist sie ein bisschen geerdet. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, verärgere. Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh. Du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein. Nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Jeden zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte, kleine Seele. Du bist das Chaos. In einem schicken Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Rosige Aussichten, würde ich sagen. Andererseits, wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Gül Topül. Heimdall, der Träger des Gjallarhorns. Mimir meinte, dass er gefährlich und ein wahrer Anhänger Odins war. Er erwähnte nicht, dass was für ein kompletter Nahrer ist. Oder dass er in der Lage zu sein scheint, Menschen irgendwie lesen zu können. Je weniger Zeichen in der Nähe dieses Typen verbringe, desto besser. Wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldür, der ein Drachen zähmt. Baldür brauchte sich nicht darum zu kümmern, wie Stärke verbrannt wurde. Ich durchschaue sie. Und ich höre sie klar und deutlich. Okay. Ja, cool, dass Heimdall hier so als Jüngling so ein bisschen dargestellt wird. Finde ich richtig cool. Wow, sind das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asengötter sind? Aber Skjöldir hat gesagt, dass nur... Oh klar, wenn Skjöldir das sagt. Wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Fremsur, Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Ist das Odins Palast? Palast? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Wie du siehst, hat es wahre Macht, nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht auch? Hey, Helme! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Was, du? Du hast eine verrechterische Ansicht. Deshalb lass dich sicher Pelmenfall in die Nähe des Alphars. Oh, Rädergeschiss auch gut. Aua. Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Bist du sicher, dass der Alvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin dir tatsächlich sogar sehr sicher. Oh, oh! Wie fach wäre das? Oh, nein! Pfeile! Wie furchterregend! Oh! Das war nicht mal knapp. Du verhinderst nicht, dass ich Odin sehe. Du wirst ihn sehen. Von deinem Satz. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, oh, oh! Ein geschickter Zug. Schön, dass du endlich wach bist. Du glaubst, das kann dich beschützen. Diese Erdigen konnten wohl keinen echten Schild heben. War's das schon? Ist das alles, was du kannst? Jöten? Klar! Völlig unattraktiv. Also mach weiter damit. Ich muss wirklich sagen, Loki. Ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Toll. Schluss damit. Was du auch denkst, ist dein Vaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Loki! Du bist da! Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast. Und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Hm? Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Äh... Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Ich liebe es. Heimdall. Warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Und du? Mach dich mal sauber. Aber Allvater... Ach... Ach, was? Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was? Genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber... Er vergisst manchmal zu denken. Weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Komm mit mir. Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung anlässt? Ich... Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Hm, kann ich verstehen. Meine Ex-Frauen, mein verärgerter ehemaliger Bediensteter, vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du, du bist neugierig aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tiere befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, hey, hey! Ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin, genau? Die Einherjar sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Hm, es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherjar. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münzenappen, Rotgar. Münzenappen, Gorn. Münzenappen, Gorn. Gut, weiter geht's. Ah, Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Äh, danke. Jürgen, ich hoffe, ich richte da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen. Aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Lucky. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt. Du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erwin, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie? Meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt. Ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sif, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag hallo zu Loki. Das ist er. Hier. In unserem Heim. Wie nett. Meine Lieber Martin. Alles in Ordnung? Im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Äh, klar. Sif, Sif zu treffen war wirklich unangenehm. Sie verhielt sich mir gegenüber so eisig, dass ich begann, mir Gedanken zu machen, ob sie vielleicht weiß, was ich Modi angetan habe. Aber ich bin sicher, dass es niemand gesehen hat. Es ist schlimm genug, dass sie Vater verantwortlich macht. Und jetzt bin ich in ihrem Haus. Wenn ich weiß, was gut für mich ist, und ich glaube, dass ich das weiß, gehe ich einfach aus dem Weg. Ah, okay, das war so quasi Modis Freundin, Frau? Wahrscheinlich. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er? Oh, gleich da drüben, mein Vater. Ja. Hallo, ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor Längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ach, wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürrlin? Du stinkst nach billigem Meht. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Gut, ich gönne dir erst mal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Und nimm dir ruhig neue Kleidung. Nach all den schrecklichen Dingen, die ich über Odin gehört hatte, hatte ich nie erwartet, dass er es mir gegenüber so respektvoll verhalten würde. In der Hütte, als er mich nach Asgard einlud und ich seit unserer Ankunft hier scheint er wirklich interessiert daran zu sein, wer ich bin und was ich denke. Ich weiß, dass ich ihm nichts allzu sehr vertrauen kann, aber es ist schön, dass mir jemand zuhört. Ich fühle mich in seiner Nähe sicherer, als ich dachte. Mal sehen, welche Antworten er für mich hat. Atreos, sei doch nicht so naiv, bitte. Ich könnte es mal anprobieren. Zumindest weniger dreckig. Schön. Wow, wirklich nützlich. Okay, jetzt sehen wir schon aus wie ein Aase. Was soll schief gehen? Aber wir können es jetzt einfach hier frei in Asgard bringen. Oh, was ist denn das? Hübsches. Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Frutus, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Äh, du brauchst noch dein Schwert. Äh, das richtet jemand her. Also, äh, was für ein Schwert ist das? Es ist neu. Einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walküren-Ausbildung. Die Walküren-Ausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Wie wird man eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ah. Ah, Steve ist die Mutter. Jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Siff ist die Frau von Thor, stimmt. Da klingelt was. Nein, nein, nein. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ich schenk dir was. Lass es. Doch, doch. Es tut mir leid. Mütter. Willst du dich noch ein wenig umsehen, oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Irgendwas ist anders an dem Mäd. Nein, es ist eine Person, Thor zu halten. Es wäre aber ein äußerst umständlicher Weg, Selbstmord zu bewegen. Ohne ich verdirbt werden. Das ist so komisch. Lauf nicht weg. Ich will kein Ärger, wenn du verschwindest. Siff schaut ständig alle möglichen Leute an. Solange die nötig. Haltet mich aus eurem erbärmlichen Imponiergehabe doch bitte raus. Hä? Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Heimdall gehabt? Gehen wir. Vielleicht schon. Aber... Wohin denn das ist? Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh. Ja, ich... werde mich anstrengen. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ich... Ich... Mh-mh. Ja. Ja, ist gut. Mh-mh. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugen. Ey, ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu rechnen und... und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding. Das habe ich seit... Ach. Wer weiß das schon? Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Bist du. Nur weil Andreas dich täuschen lässt, heißt das nicht, dass ich mich täuschen lasse. Kerngeschehen. Ich habe ein magisches Schwert in Odins Arbeitszimmer gefunden. Es sagt, es heißt Ingrid und ich darf sie tragen, solange ich hier bin. Sie scheint wirklich glücklich darüber zu sein, rauszukommen und etwas zu erleben. Können Schwerte sich langweilen. Ich frage mich, woher sie stammt. Das ist doch überhaupt bestimmt auch wieder, denkst du, wenn wir das behalten. Dann spioniert er uns damit aus und so. Das ist doch bestimmt auch wieder volles... Komplett durchgeplant schon wieder alles. Ich hasse es. Ich hasse Andreas. Warum bist du hier? So ein richtig scheiß Gefühl. Ich heiße Andreas. Alle schätzen mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht? Reichtum? Nein. Nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein. Wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind. Lernen, unser Schicksal zu ändern. Und, Ragnarök, aufhalten vielleicht die Retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich, nach langer Suche, dies hier. Den Teil einer Maske. Dies hält mir mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Wir haben da ohne Maske gesehen, als wir nach Jürtenheim gezogen wurden, oder? In dieser Vision. Erkennst du nicht aus den Neuen Welten? Schwelend. Obsidianie, Speter. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und der Wehre? Arbeite weiter mit mir. Und Fins, raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon. Ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt. Als wäre das ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe. Was dann? Thor! Komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischwerk. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm. Verstanden? Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Er hat der Heilvater uns hingebracht. Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Das ist wie früher. Wir haben jetzt einen großen, mürrischen Kämpfer dabei. Nur, dass die ja diese Matreos steuern. Also. Wohin gehen wir? Verdammt, woher soll ich das wissen? Der Heilvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Das ist hellsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Was hätte ich gemacht? Boah, wie geil. Das Selbstströhendes Schwert. Bisschen langschauen, du weißt. Du könntest helfen. Bisschen langschau. Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam! Hey! Du kannst nicht Leute so schnappen! Na, was soll ich denn sonst? Dich wärmen? Da ist noch jung. Oh, das ist nicht so. Meine Lohm sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Sonst endlich deinen Bogen. Wie geil ist denn dieses Schwert? Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blut, wir bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Noch nicht. Was meinst du? Später. Dass wir den anderen heilig machen. Die Maske. Ja. Wir müssen durch diese... Felsen. Hey, kannst du... Ja, genau. Stell dir mal vor, was der mit Knochen anstellt. Willst du über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamur. Rungir. Sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die Neuen Welten. Und ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Also... Das letzte Mal haben Vater und ich hier alle von Sutebegrüpfungen gemeistert. Könntest du... Legst mich nicht rein. Blutgeld. Villa von uns. Hör zu. Moni hatte ein paar Probleme, aber er war mein Sohn. Und der einzige Grund, dass du noch atmest, ist dieses zerbrochene Stück Holz. Hey, keiner von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber... Wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Nein. Greif doch einfach. Schauber! Es ist nicht schlecht, aber nicht aggressiv genug. Kann ich gerne noch was drauflegen. Ich vertraue voll und gern's auf dich. Ha, 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 ha. Also, in welche Richtung zeigt die Maske? Hat ja echt keine Geduld. Das kann nicht stimmen. Hey, Kleiner, wo führt die Maske uns hin? Die Maske zieht, ähm, hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. In Ordnung. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Hey, sieh dir das an. Boah, was zum... Moment, zu tut schreien. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und gut. Das kümmern wir uns um dir. Na los, Thor. Probier's einfach mal. Ja, ja. Versucht es nur. Schon müde? Nicht im geringsten. Ein Ogre. Hast du Angst? Nicht im geringsten. Go over! Noch ein Ogre? Vielleicht ein bisschen Angst. Gib dir erst mit etwas Hilfe. Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Go over! Ah! 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 Gehen Sie! Der Eilvater hat hunderte Winter gewartet. Was macht ein bisschen länger aus? Es macht Spaß. Na schön. Du bleibst genau hier. Jawohl. Das sollte ihn ein Weilchen... ...beschäftigen, hoffentlich. Na los, ich will eine Herausforderung. Also, die Maske will, dass wir da hingehen. Aber gehen wir zuerst zum Schreien. Wir finden das andere Teil, wenn Tor zurück ist. Ah, deswegen wollte ich mich ablenken. Hey, Ingrid. Traust du den Asen? Ich weiß, ich kann ihn nicht trauen. Sie müssen nur mir trauen, aber... ...das wird nur geschehen, wenn sie glauben, dass ich ihn traue. Ja. Gehen wir. Können sie nicht gegen Tor kämpfen oder so? Gehen wir alle her. Gehen wir. So. Gucken wir uns mal den Schrein des Feuerriesen an. Öffnen ihn heimlich. Oh, okay. Ongreboda? Weißt du, für jemanden, der als Krieger ausgebildet wurde, erschrickst du ziemlich leicht. Ich, ich bin nicht. Was machst du hier? Darf ihr Mädchen nicht mehr einen Schrein besuchen? Du bist wegen Soutursmummel hier. Möglich. Du suchst also nach weiteren Riesenmummeln? Du weißt, wie das aussieht. Wie die Lebensgeschichte von einem der unseren? Oder vielleicht wie ein Vorratsschrank? Nein. Als würde man dem Schicksal trotzen. Die Frage ist, was machst du hier? Mein Schicksal neu schreiben. Hast du das von Odin? Nein. Also, ja, aber nicht. Ich arbeite nicht mit ihm. Ich würde ihm nie etwas über den Eisenwald sagen, falls du davor Angst hast. Und ganz sicher diene ich ihm nicht. Rede dir das nur weiter ein. Die Prophezeiung, nicht meine. Ich muss eine Murmel finden. Du kannst helfen, wenn du willst. Gut. Aber willst du wirklich so die Regeln brechen? Es gibt keine Prophezeiungen, in der du Murmeln sammelst. Das Ende steht für uns noch nicht fest, oder? Komm schon, streite. Oh, hallo auch. Ein fühlendes Schwert. Noch eine Murmel. Von Sutra. Aber ohne Seele darin. Er ist also noch irgendwo da draußen. Vor einer Weile hast du erzählt, wie die Riesen wegging. Denkst du noch an sie? Die ganze Zeit. Sie sind weit weg von hier. Weit weg von Odin. Und Thor. Ich frage mich, in welche Länder sie gegangen sind. Welche Meere sie durchquert haben. Warum? Ich will sie finden. Ich rette meinen Vater und dann... finde ich sie. Es beginnt. Wer ist das? Nicht Sutra, so viel ist sicher. Sieh dir den ganzen Frost an. Shinmara. Ich glaube, ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow. Das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, bis er... aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh, nein, nein, nein. Sieh mal. Sie haben gemeinsam gekämpft. Sie sind sogar Freunde geworden. Äh... Gute Freunde. Sind die... Ja. Sieht ganz so aus. Oh, tja. Gute Freude. Gut für sie. Aber offenbar hat sie ihre... Ähm... Liebe zu einer Art riesigen Kreatur verschmolzen. Ragnarök. Und dann... Zerstört Ragnarök Asgard. Ja, das habe ich in Grors Schrein gesehen. Tja. Das war... Interessant. Oh, hey. Weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Ich habe sie gesehen. Sie wird... Größer... Also... Schneller als normalerweise. Ja. So was habe ich mir schon gedacht. Hm. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass dein... Ähm... Freund einen Riesentrip, den er übersehen hat. Natürlich. Aber... Sei vorsichtig. Bitte. Du auch, Loki. Hey, Ingrid. Ob Thor tot ist? Bestimmt. Mein Vater und ich waren bei unserem letzten Besuch in Muspelheim hier. Scheint ewig her zu sein. Ja, die Kiste hat mein Vater schon mitgenommen. Natürlich. Ich glaube, ich warnt um sich bergeweise Leichen auf. Und gemäht wie Weizen. Die Zaber vermischte sich heute mit ihren Bildern. Großartig! Hilfst du mir hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen meine Hilfe brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Hey, warum dauert das so lang? Wow. Wow. Glaubst du nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe? Einfach wundervoll! Glaubst du nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe? Einfach wundervoll! Ich glaube, du hast recht. Frucht würde begeistern. Die würde sich zumindest besser schlagen als du. Glaubst du nicht? Wow. Was hättest du jederzeit tun können? Du schänzt mir doch ganz gut klar zu kommen. Ich habe dir vertraut. Und wohin jetzt? Wir müssen wohl durch dieses Tor. Ach ja? Ich musste ja was machen, während du gekämpft hast. Sieh trotzdem nochmal nach. Sicher. Durch das Tor. Wie ich sagte. Tor? Ist das nicht beeindruckend? Wie ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Und ich auch. Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Nein! Verdammt! Kleiner Tim. Deine Hand in Lava zu stecken fühlt sich nie besonders gut an. Ich habe nicht nachgedacht. Gut. Es ist auch besser. Na gut, verschwinden wir. Oh. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem mein Riese. Ich werde auch dich mit Freuden töten. Was hast du getan? Loki. Der Riss wurde heller. Sieh. Das ist es. Hier. Einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen. Ohne, naja. Ein Auge zu verlieren. Oder so. Wir sind ein gutes Team. Oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Baldr. Habt ihr euch auch vertragen? Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihm gelehrt? Gar nichts. Was könnte ich ihm schon beibringen? Ganz genau. Ah. Ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel. Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das. Kriege den Rest raus. Sofern du bleibst, meine ich. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst? Übersetze das hier. Und ich erzähle dir alles. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. Juhu. Wir können Odin vertrauen. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen wir in der nächsten Folge weiter. Mit God of War Ragnarök. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir haben einiges gelernt. Und ich bin immer noch dabei, und das ist ein absoluter Fehler, bei ihr herzukommen. Aber gut, muss euch auch selber wissen. Wir schauen, wo es weitergeht nächstes Mal. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Und... Ciao. Ciao. Ciao.